Hallo, hier ist der Martin von ManyMankies, das ist die DAX-Analyse für mit Wörtern 5.8.2020. Ich habe mir heute so lange gesucht ein Bild zu finden, um das zu beschreiben, was der DAX hier macht. So richtig einordnen kann ich es gar nicht. Ob das jetzt eine starke Leistung war, ob das eine schwache Leistung war, dass das für mich irgendwie so im Kreis gedreht. Deswegen dachte ich mir, hole ich hier einfach nochmal diesen Typen raus. Das passt einfach in den Momenten immer ganz gut. Wir sind gestern mit der Grundhaltung rangegangen, dass der DAX unheimlich viele hier noch auf der Short-Seite drin hatte, die auch natürlich noch nicht rausgehen wollten. Hatten deswegen gesagt, dass es bestimmt die auch noch irgendwie raushaut und dass es noch kegeln kann. Hatten gesagt, dass wir hier bei 7.50 ein interessantes Niveau haben, was gut nach unten reagieren kann. Und dann hier oben so im Bereich um 8.70 bis 9.100. So, den Bereich um 8.40, 8.50 haben wir jetzt angelaufen, sind auch gut nach unten gezimmert. Sind von oben einmal auf das Hoch hier aufgesetzt, auf das alte, sehen Sie diese Spitze hier. Da sind wir einmal von oben drauf gekommen und haben auch dort reagiert. Sind wieder zurück in die Mitte. Damit ist eigentlich das, was wir hier oben angesetzt haben. Dieses Muster hier, das ist ja eigentlich viel schneller gelaufen, als erwartet. Das ist eigentlich durch. Das heißt, das hat er gemacht. Da hat er sich viel Mühe gegeben, das so zu setzen. Das heißt, das ist vom Tisch. Die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Ich würde tatsächlich hier auf der Seite... Wir nehmen das mal oben raus, sonst erkennen Sie nicht so richtig, was ich Ihnen jetzt hier zeigen will. Also, weil... Das ist nicht ganz unerheblich, dass diese Kerze jetzt hier so schnell gekommen ist, ne? Dann aber hinten raus abfängt. Das wirkt so ein bisschen wie, als war das hier eine Impulsbewegung, ne? Also, die hier so ein bisschen aus fünf Teilen besteht. Der erste, der war hier. Dann haben wir hier den zweiten Aufwärtsteil, ähm, beziehungsweise die dritte. Also, drei... Wir haben drei Aufwärtsstränge, ne? Der erste ist der gewesen am Freitag. Dann haben wir hier auch schön durchgezogen am Montag. Und dann dieses Gelb, diese Nachtbewegung zum Abend hin noch als letzten Stoß. Und, ähm, häufig kommt auf sowas auch so eine dreiteilige Erholungsbewegung, beziehungsweise Korrekturbewegung. Korrektur sagt man, wenn es nach unten geht. Erholung sagt man, wenn es nach oben geht. Und deswegen würde ich sagen, könnte ich mir vorstellen, aber das ist, das ist nicht so safe. Das ist nicht so safe. Ich spreche noch gleich darum, warum, wieso, weshalb. Ich würde mir vorstellen, dass wir hier nochmal tiefer stoßen. Und zwar so in einem Bereich um 4, was ist das hier? 4,20 bis 4,50, ne? Ne, halt 4,60 bis 4,20. Das wäre so eine Zone, in der ich mir vorstellen könnte, dass es den DAX nochmal reinlegt. Und von dort könnte er schon wieder komplett nach oben durchziehen halt, ne? Also auch richtig durchziehen. Richtig, richtig durchziehen. Nicht nur bis in die Zone zurück, sondern auch wesentlich höher. Und dann wäre das stimmig, ne? Dann hätte er hier seinen schönen Antrieb. Dann hätte er hier seine Korrektur. Und könnte dann von hier wieder einen neuen Antrieb Richtung 12,900 stellen. Die 12,900 bekommt von mir jetzt mehr Bedeutung. Die wird, finde ich, wichtiger. Die würde auch wichtig werden, wenn er jetzt zum Beispiel direkt nach oben durchrennt. Wenn er jetzt zum Mittwoch jetzt hier einen übelsten, also wenn er wirklich seine Nudel auf den Tisch packt und zeigt, wer hier den größten hat, dann, der kann da durchziehen. Der kann auch durchaus locker dieses Hoch überwinden. Und dann hier auf den Gap losgehen halt, ne? Wie so ein Bekloppte, wie so ein Gestörter, dann einfach draufhauen. Ähm, 8,70. Das sind jetzt knapp 250 Punkte, aber das schafft er an dem Tag, ne? Lassen Sie den ein kleines Aufwärtsgap vielleicht noch kriegen. Müssen im Bereich um 6,80. Dann kann er das schaffen. Da hätte ich jetzt wirklich, da würde ich den größten Fokus nehmen. Würde hier oben das auch erstmal wegmachen. Man könnte mir vorstellen, dass wir in dem Bereich da nochmal so was ähnliches bekommen, wie wir das jetzt hier hatten auf der 7,40. Ne? Das heißt, dass er dann eben erstmal raus ist. Das sind die beiden Punkte, wo ich jetzt Reaktionen erwarte. Dazwischen würde ich mich nicht unbedingt verausgaben wollen. Hier, wenn Sie das hier so ein bisschen sehen, das sehen Sie schon auf der Ebene. Das sehen Sie in einer kleineren Zeiteinheit noch besser. Haben wir hier so eine sehr horizontale Sperre. Die liegt so um die 6,20, 6,25. Die sind die ganze Zeit von unten immer wieder gegen. Und immer wieder nach unten gedrückt worden. Da wird das erste Mal nach unten gedrückt. Das zweite Mal tiefer nach unten gedrückt. Das dritte Mal wieder nicht ganz so tief nach unten gedrückt. Und das ist genau so die Psychologie eigentlich hinter so einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Nur, dass es hier andersrum ist. Nennt man dann inverse SKS. Also eine ISKS. Inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Das heißt, ähm... Moment. Soll man sich da nicht lumpen lassen? Warten Sie, das erklären wir mal kurz. Das heißt, im Normalfall habe ich einen Markt. Der läuft hoch. Macht einen hoch. Wird von dem hoch weggedrückt. Kommt da runter. Dann macht er wieder ein neues hoch. Das höher ist. Also bestätigt den Aufwärtstrend. Und kriegt aber dort nochmal mindestens genauso viel Breitseite, dass er wieder auf dieses Niveau zurückfällt. So, dann schreien die ersten schon, ja, Doppelboden, super Chance, super Kaufkraft. Ähm... Und der DAX schafft es wieder, oder der Markt schafft es wieder nur auf das Niveau von der vorherigen Spitze zurück und fällt dann. Und dann ist es hier so eine Sache, dann haben wir hier so einen Doppelboden stehen. Man sagt dann, das ist dann die Nackenlinie der Schulterkopf-Formation. Und in der Regel ballert der Markt dann einfach hier durch. Und zwar so vom Kursziel in etwa der Distanz, wie er sie hier nach oben hat. Das ist dann immer so nach unten das Kursziel. Und man bezeichnet das hier dann als Schulterkopf-Schulter. Weil es einfach... Ja, hier ist der Kopf. Keine Ahnung. Das sind die Schultern. Und in die Richtung geht das dann. Und so, wenn das auf dem Kopf steht, also wenn wir das jetzt einmal komplett drehen, dann ist es ein bisschen das, was wir jetzt hier im Kleinen haben. Was ich aber sagen will, ist das, was wir hier mit der Nackenlinie gezeigt haben. Dieser Bruch, diese rote Linie, das ist jetzt hier diese 625. Das heißt, geht er da drüber, kann es sich nach oben halt echt ein bisschen was rausspulen. Also eine 700 ist drin, eine 720 ist drin. Und gegebenenfalls... Ja, also 700 bis 720. Das wäre jetzt das Kursziel aus der Schulterkopf-Schulter-Formation, um die 720 rum. Das würde hier auch ganz gut auf die Eröffnungs... oder auf das Eröffnungsniveau von dieser großen, fetten Kerze passen. Und dann müsste man dort einfach schauen, wie er dort notiert. Ich würde aber eher denken, also wenn der bis dahin geht, dann geht er bestimmt auch auf ein neues Hoch und dann wird er auch das Gap zumachen. 830 wird er sich holen. Er wird sich die 870 holen und so um die 900. Glaube ich, dann wieder ordentlich eins auf die 12 kriegen. Und dann gegebenenfalls auch schon wieder komplett bis, ja, gut und gerne 640 wieder nach unten zwirbeln halt. Also sehe ich schon ein deutliches Potenzial nach unten. Das auf der Oberseite, das auf der Unterseite. Ansonsten wäre hier unten für mich dann im Bereich unter 400 so ein bisschen, ja, wäre für mich nach unten offen eigentlich. Also wir hätten dann dieses offene Gap hier noch bei dieser 320. Das würde er sich holen. Dann würde er auch tiefer gehen. Also macht er nicht nur das Gap zu und geht er auch hier nochmal runter. Deswegen hätten wir hier einen Short-Tweaker. Oben einen Long-Tweaker lassen wir mal noch weg. Das passt jetzt noch nicht, weil wir haben hier noch das Gap-Klose. Das gucken wir erstmal an. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was der Mittwoch bringt. Mittwoch können gute Trendtage sein. Würde jetzt von der Situation her oben raus besser passen? Vielleicht wird es auch einfach nur nochmal ein Seitwärm. Also bin ich ein bisschen, also vom Timing her ist es für einen Mittwoch eine komische Ausgangslage, weil der Dienstag komisch gelaufen ist. Eigentlich bereitet der Dienstag immer mit einem relativ klaren Statement einen Mittwoch vor. Das sieht man ganz häufig. Ist der Mittwoch einfach das fortsetzt, was der Dienstag begonnen hat? Und jetzt würde ich jetzt aber nicht sagen, dass wir hier aus dem Dienstag eine klare Tendenz bekommen haben. Wir haben so eine echt kräftige Kerze nach unten, aber da ist ja nichts hinterhergekommen. Also nach so einer Kerze, da kann man schon ein bisschen was erwarten halt. Dass da ordentlich theatralig nach unten kommt. Gucken Sie mal, was hier das letzte Mal nach so einer roten Kerze kam. Da ging es noch ein paar Stunden abwärts. Hier kam ja gar nichts mehr hinterher. Von daher, ja, also abwärts, ich würde sagen seitwärts. 50-50. Gucken wir mal. Über 6,25. Wie gesagt, gleiche Chance nach oben. Sollte er sich nochmal runterlegen, hätte ich schon eher mehr die Vermutung, dass man hier noch so einen zweiten Schlag kriegt. Also einfach noch einen zweiten Teil dieser Korrekturbewegung. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das sind Bereiche um, ich sag mal, 4,60 bis 4,25. Ja, 4,60 bis 4,25. Das wäre dabei so mein Ziel. Und von dort hätte er eigentlich auch schon wieder deutliche Aufwärtspotenziale. So, dann können wir das hier nämlich zumachen. Gucken wir noch schnell in den Tagesschart rein. Tagesschart. Auch deutlich ausgebremst. Also diese kräftige Erholung weggefedert, nach unten weggedrückt. Roter Kerzenkörper. Ist jetzt auch nicht unbedingt eine Vorlage nach oben. Eher eine Vorlage, um zu sagen, alles was unter 6,25 ist, unterhalb von 6,25 ist, eher shortseitig zu betrachten. Was ist denn mit meinem Tagesschart los? Wie sieht denn der aus? Hier fehlt ja aber übelst was, oder? Jetzt. So sieht er da richtig aus. So. Okay. Ja. Ja, also. Damit können wir es an der 6,25... Können wir es an der 6,25 festmachen, ja. Können wir es an der 6,25 festmachen. Darüber hat er leichte Aufwärtspotenziale, darunter Abwärtsrisiko. Abwärtsrisiko bis durchaus aus 5,30, 4,90 und nach unten bis 4,60. Also, ich eigentlich fände ich die 4,60 bis 4,25 eher wichtiger. Ja, und alles was darüber geht, das wird dann Richtung 12,900 gehen. Dort nochmal Reaktionspotenzial, aber dass da nochmal viel runterkommt. Also, ich glaube eher sowas wie rrrr, 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 rrrr. So. Bis da hoch dann. Glaube ich nicht, dass... Also, wenn sie nach der Aktion den nicht bis 12.000 getreten kriegen, na, was soll denn da kommen jetzt? Da wird nicht mehr viel einfallen halt, ne? Also, entweder kriegst du jetzt hier noch verwandelt und einen schönen Pullback gemacht, aber da gehen langsam dann die Tore eher nach oben auf, umso mehr er jetzt hier nach unten auslässt. Gut, also, ich mach zu, ich wünsche Ihnen was, viel Erfolg, gutes Gelingen wir uns, morgen wieder, tschö. So.